Die Zeit ist gekommen, um dich von deiner menschlichen Seite zu verabschieden. Entsage deiner Vergangenheit. Sie haben dich mit ihren Erwartungen belastet. Sie gaben dir eine zweite Chance. Ihre Ablehnung hat Narben hinterlassen. Aber das Schicksal hat die Karten neu gemischt. Kräfte jenseits aller Vorstellungen. Starke durch Verbündete. Ein Schicksal, welches noch nicht bestimmt ist. Wir werden nicht bestimmt durch unsere Vergangenheit. Ergreife die Macht. Und die Zukunft wird dir zeigen. Wer du wirklich bist. Wer du wirklich bist. Werg vonSTAGE